Der Klimawandel ist kein Zukunftsproblem, er findet statt und zwar hier und jetzt. Wir können nicht mehr zuwarten, wir müssen die Emissionen stoppen und zwar heute. Erste Länder gehen bereits voran und investieren in den Ausbau erneuerbarer Energien, aber wir brauchen eine internationale Lösung. Es braucht einen Weltklimavertrag, der die Staaten in die Verantwortung nimmt und für Gerechtigkeit sorgt, damit ärmere Länder dem Klimawandel begegnen können. Die UN-Klimakonferenz in Paris ist unsere große Chance. Hier treffen sich die Staatschefs der Welt, um einen gemeinsamen Klimavertrag zu beschließen, den Klimawandel zu begrenzen und die Weichen für die Fortführung der Energiewende zu beschließen. Senden wir gemeinsam ein starkes Signal an die Politik. Wir brauchen eine Energiewende. Jetzt.